Ich möchte Ihnen im Folgenden eine kurze Einführung in die ursprüngliche Lehre des Buddha geben, so wie sie bis auf den heutigen Tag noch in den buddhistischen Ländern Südasiens gelehrt wird, oder genauer gesagt, wie sie uns in den in der Pali-Sprache abgefassten Urkunden überliefert ist. Zweifellos gibt es viele unter Ihnen, die keine Buddhisten sind, für die daher in den meisten Fällen der Buddhismus mehr oder weniger unbekannt ist. Ich bin mir also völlig darüber im Klaren, dass es kaum möglich sein wird, innerhalb der mir zur Verfügung stehenden 45 Minuten ein volles und gründliches Verständnis dieser so tiefsinnigen und weitläufigen Lehre zu vermitteln. Ohne Zweifel werden aber immerhin bei dem einen oder anderen ihm wichtig erscheinende Gedanken, das Denken beeindrucken und sich ihm in das Gedächtnis einprägen und so als Anregung dienen zum weiteren Eindringen in diese immens tiefsinnige Gedankenwelt des Buddha. Sollten auch meine Worte nichts weiteres bewirken, als wenigstens mit einigen der über den Buddhismus verbreiteten Vorurteile und falschen Auffassungen aufzuräumen, soll mir das vollauf genügen. Klingt es nicht geradezu wie eine Ironie, dass diese nüchternste aller religiösen Lehren das Schicksal tragen muss, noch immer von vielen westlichen Menschen für eine Art Götzendienst oder Mystizismus gehalten zu werden? Hat nicht schon Nietzsche vor vielen Jahren diese absolute Nüchternheit und Klarheit erkannt, als er sagte, der Buddhismus ist hundertmal realistischer als das Christentum. Er ist ein Erbe des objektiven und kühlen Problemestellens. Er kommt nach einer hunderte von Jahren dauernden philosophischen Bewegung. Der Begriff Gott ist bereits abgetan. Das Gebet ist ebenso ausgeschlossen wie die Askese. Es gibt keinen kategorischen Imperativ, kein Zwang besteht, selbst nicht innerhalb einer Klostergemeinschaft. Eben darum fordert er auch nicht zum Kampf gegen Andersdenkende. Seine Lehre wendet sich gegen nichts so sehr, wie gegen das Gefühl der Rache, der Feindseligkeit und der Abneigung. Bevor ich nun zu der Darlegung der Lehre selber übergehe, möchte ich sie vorerst in wenigen Worten mit der Persönlichkeit des Buddha bekannt machen. Buddha bedeutet der Erwachte, der Erkennende, der Erleuchtete. Als solcher gilt der Asket Gutama seit jener Zeit, da er unter dem Bodhi-Baum bei Bodh Gaya die vollkommene Erleuchtung verwirklicht hatte. Er wurde etwa 600 Jahre vor Christus als der Sohn eines indischen Fürsten unweit der Grenze des heutigen Nepal geboren. In seinem 29. Lebensjahre entsagte er dem weltlichen Leben und vertauschte seine prinzliche Laufbahn mit der eines hauslosen Mendikanten. Nach sechs Jahren vergeblicher körperlicher Schmerzensaskese entdeckte er schließlich den rechten Pfad der Mitte und erreichte so, unter dem Bodhi-Baum sitzend, das von ihm gesuchte Ziel. Restlose Befreiung von den Leiden der Daseinsrunde, von der Runde der Wiedergeburten, dem Samsara. Diese Zeit beschreibt er in seinen eigenen Worten, nämlich Nach einiger Zeit jedoch, ihr Mönche, noch als ein junger, schwarzhaariger Jüngling, da schor ich mir Haar und Bart, legte das gelbe Gewand an und zog, gegen den Wunsch meiner weinenden und klagenden Eltern, von zu Hause in die Hauslosigkeit. Als Hausloser strebte ich dann nach dem höchsten Gut, der unvergleichlichen Friedensstätte. Als erstes wurde der zukünftige Buddha nacheinander der Schüler von zwei großen Meistern, die einen hohen Grad von übersinnlichen Kräften und Fähigkeiten entwickelt hatten. Doch keiner von diesen beiden konnte ihn auf die Dauer befriedigen, da ihre Lehren nicht zu unerschütterlichem Frieden und zur Erlösung führten. Unbefriedigt zog er weiter, nachdem er beide Lehren sich völlig zu eigen gemacht und verwirklicht hatte. Kurz darauf traf er fünf Asketen, die die strengste Schmerzensaskese praktizierten und dadurch hofften, die Erlösung zu erreichen. Der zukünftige Buddha schloss sich ihnen an und unterwarf sich mit äußerster Beharrlichkeit den extremsten Fastenübungen und der Selbstquälerei, bis er schließlich zum bloßen Skelett abgemagert und völlig erschöpft zusammenbrach. Da wurde ihm allmählich klar, dass diese äußerliche Askese unheilig und zwecklos sei und nimmermehr zum Herzensfrieden und zur Erlösung führt. So gab er denn diese äußerliche Askese auf und suchte fortan sein Heil in der inneren geistigen Entwicklung. Mit ruhigem und klaren Geiste drang er immer tiefer in die wahre Natur des Daseins. Wo immer sein Auge hintraf, da sah er nur die eine Wirklichkeit, die Gesetzmäßigkeit des Leidens, nämlich, dass alle Daseinsformen im Wesen ihres Seins unbefriedigend und daher dem Leiden unterworfen sind. Er erkannte ferner, dass das Geschick der Wesen weder durch das bloße Spiel des Zufalls entstanden noch durch die Willkür eines imaginären Schöpfers geschaffen ist, sondern dass das Geschick aller Wesen auf ihr früheres, vorgeburtliches Gutes oder böses Wirken zurückzuführen ist, mit anderen Worten, ihr Karma. Er erblickte die Siechen und Aussätzigen und sah in ihrem Elend und Jammer das Ergebnis ihres vorgeburtlichen Wirkens oder Karma. Er erblickte die Blinden und Lahmen und sah in ihrer Schwäche und Hilflosigkeit die leidvolle Ernte einer in früheren Geburten ausgesäten Saat. Er betrachtete die Reichen und Armen, die Glücklichen und Unglücklichen, die Schönen und Häßlichen, die Bevorzugten und Verstoßenen. Wo auch immer er seine Blicke hinwendete, überall erkannte er das Gesetz des Karma, das moralische Gesetz von Ursache und Wirkung. Dieses vom Buddha unter dem Bodhi-Baum bei Bodhgaya entdeckte und verwirklichte Dhamma, dieses universelle moralische Weltgesetz, ist kurz zusammengefasst in den sogenannten vier edlen Wahrheiten. Das sind die Wahrheit vom Leiden, von der Leidensentstehung, von der Leidenserlöschung und von dem zur Leidenserlöschung führenden Pfad. 1. Die Wahrheit vom Leiden besagt im Kurzen, dass die das sogenannte individuelle Dasein ausmachenden fünf Daseinsgruppen wie Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Geistesformationen und Bewusstsein alle dem Gesetz des Leidens, Dukkha, unterworfen, vergänglich, elend und unpersönlich sind. 2. Die Wahrheit von der Leidensentstehung lehrt, dass alles Dasein und damit alles Leiden in eigennützigem Begehren, Tanha, und Nichtwissen, Avicca, Wurzelt. So erklärt auch die Ursache der scheinbaren Ungerechtigkeit in der Natur, da nichts in der Welt zum Entstehen kommen kann, ohne einen hinreichenden Grund, ohne eine Ursache. Ferner, dass nicht nur alle unsere im Unterbewusstsein latent liegenden Strebungen und Fähigkeiten, sondern auch unser ganzes Geschick, alles Wohl und Wehe, aus Ursachen resultieren, die teils in diesem, teils in einem früheren Leben zu suchen sind. 3. Die Wahrheit von der Leidenserlöschung lehrt, dass durch Erlöschung des eigennützigen Begehrens und des Nichtwissens die restlose Erlösung von diesem Kreislauf der Wiedergeburten und damit die Erlöschung alles Leidens, Dukkha, eintreten muss. 4. Die Wahrheit von dem zur Leidensaufhebung führenden Pfad zeigt die Mittel oder Bedingungen auf, die nötig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Dies ist der sogenannte edle achtfache Pfad. Der edle achtfache Pfad umfasst die Weisheitsschulung Panya Sikha, rechte Erkenntnis Samaditi, rechte Gesinnung Samasankapa, umfasst die Sittlichkeitsschulung Silasika, rechte Rede Samavacca, rechte Tat Samakamanta, rechter Lebenserwerb Samasakamanta, umfasst die Geistesschulung Shittasikha, rechte Anstrengung Samavacama, rechte Achtsamkeit Samasati, rechte Sammlung Samasamadi. Von den vielen bei diesen vier edlen Wahrheiten in Betracht kommenden Lehrbegriffen möchte ich hier bloß die allerwichtigsten und zum allgemeinen Verständnis des Dhamma unbedingt erforderlichen herausgreifen und klarlegen. Die vierte edle Wahrheit Als erstes möchte ich Ihnen in einem kurzen Überblick die vierte edle Wahrheit diesen edlen achtfachen Pfad der Sittlichkeit, Geistestraining und Weisheit darlegen. Dieser ist nämlich in Wirklichkeit die Essenz der buddhistischen Praxis und zeigt somit die Lebens- und Denkweise aller wahren Nachfolger des Buddha. 1. Die erste Stufe des achtfachen Pfades rechte Erkenntnis Samadhiti besteht in der Erkenntnis der vergänglichen, leidvollen und unpersönlichen Natur des Daseins, kurz gesagt in der richtigen Erkenntnis der vier edlen Wahrheiten. 2. Die zweite Stufe rechte Gesinnung Samasankapa besteht in einem lauteren Geisteszustand frei von sinnlicher Lust, Übelwollen und Grausamkeit mit anderen Worten in einer enthaltsamen Gesinnung voller Güte und Friedfertigkeit. 3. Die dritte Stufe rechte Rede Samavaccha besteht in solchen Worten die nicht unwahr, nicht roh, nicht angeberisch, nicht töricht sind, mit anderen Worten in wahrer, milder, versöhnlicher und weiser Rede. 4. Die vierte Stufe rechte Tat Samah Kamanta besteht im bewussten Abstand nehmen vom Töten und Verletzen, vom Nehmen fremden Eigentums und vom ungesetzlichen Verkehr mit dem anderen Geschlecht. 5. Die fünfte Stufe rechter Lebenserwerb Samah Aciva besteht in einer solchen Art des Lebensunterhalts, der anderen Wesen keinerlei Schaden und Nachteil bringt. 6. Die sechste Stufe rechte Anstrengung Samah Vajama besteht in der Anstrengung, üble, unheilsame Willenstätigkeiten in Werken, Worten und Gedanken zu vermeiden oder zu überwinden und die edlen, heilsamen Willenstätigkeiten zu entfalten und zu festigen. 7. Die siebte Stufe rechte Achtsamkeit Samah Sati oder rechtes Gewärtigsein ist die allzeit anwesende geistige Klarheit und Besonnenheit bei allem Tun, Sprechen und Denken und das im Geiste klare Erkennen der Vergänglichkeit Anicca Unzulänglichkeit Dukkha und Unpersönlichkeit Anatta aller Daseinsphänomene 8. Als achte Stufe rechte Sammlung Samah Samadhi gilt die auf ein einzelnes Objekt gerichtete Konzentration oder Sammlung des Geistes, die verbunden ist mit rechter Gesinnung, rechter Anstrengung und rechter Achtsamkeit und noch weiteren heilsamen Kusala Geistesfaktoren In diesem Pfad ist Sittlichkeit, Sila durch rechte Rede, rechte Tat und rechten Lebenserwerb beschrieben Geistestraining, Samadhi durch rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung während Weisheit, Panya rechter Erkenntnis und rechte Gesinnung umfasst Somit ist also dieser achtfache Erlösungspfad Der Weg zur inneren Entfaltung zum inneren Fortschritt Durch bloße äußere Verehrung, Zeremonien und eigennützige Gebete wird man nimmermehr imstande sein irgendeinen wirklichen Fortschritt in Sittlichkeit, Sammlung und Einsicht zu erzielen Der Buddha sagt daher Seid euch selber ein festes Eiland Seid euch selber eine Zuflucht Sucht nach keiner anderen Zuflucht Macht euch die Wahrheit zum festen Eiland Nehmt die Wahrheit zur Zuflucht Sucht nach keiner anderen Zuflucht Um ein wirkliches Ergebnis zu erzielen, einen wirklichen inneren Fortschritt zu erreichen müssen alle unsere Anstrengungen notwendigerweise auf eigene Erkenntnis und Einsicht gegründet Jeder wirkliche innere Fortschritt wurzelt in rechter Erkenntnis und ohne rechte Erkenntnis gibt es kein Erreichen der Vollkommenheit und des unerschütterlichen Friedens des Nibbanas Der Glauben an die moralische Wirksamkeit bloßer äußerer Regeln und Riten bildet nach des Buddhas Lehre ein mächtiges Hindernis auf dem Wege zum inneren Fortschritt Wer nur zu äußeren Übungen seine Zuflucht nimmt, befindet sich auf einem völlig verkehrten Pfad Der absolute Fortschritt auf dem Wege zur Heiligkeit hängt eben ab von der Reinheit der Sittlichkeit, Geistestraining und Einsicht Blinder Glaube an äußere Regeln und Riten ist der Grund und Anlass zu vielem unermesslichen Leiden und Elend in der Welt Er führt zur geistigen Stumpfheit, Fanatismus und Intoleranz zu Überheblichkeit und Geringschätzung anderer wie uns die Geschichte des Mittelalters zur Genüge zeigt Dieser Glaube an Äußerlichkeiten stumpft das eigene Denkvermögen ab und lähmt jedes höhere Streben im Menschen Es macht ihn zum geistigen Slaven und begünstigt jede Art Heuchelei Der Buddha hat sich hierüber klar und unzweideutig ausgesprochen mit den Worten Nimmermehr mag der im Wahn befangene Mensch Läuterung finden durch bloßes Studium von heiligen Texten oder durch Opfer an Götter durch Fasten, auf dem Boden schlafen, schwierige und anstrengende Nachtwachen oder durch das Aufsagen von Gebeten Weder Gaben an Priester noch körperliche Kasteiung noch Befolgung von religiösen Regeln und Riten können dem von Gier erfüllten Läuterung bringen Und nicht durch Genuss von Fleisch und Fisch wird man unrein sondern durch Trunksucht, Störigkeit, Scheinheiligkeit, List, Neid, Überheblichkeit, Verachtung anderer und üble Gesinnung wird der Mensch unrein Ferner, zwei Extreme ihr Mönche hat der Hauslose zu meiden Hingabe an sinnliche Genüsse und Hingabe an Selbstquälerei Diese beiden Extreme verwerfend hat der Vollendete den mittleren Pfad entdeckt der sehend und wissend macht und zum Frieden zur Durchdringung, Erleuchtung und Erlösung führt Dies ist nämlich der zur Leidenserlöschung führende edle achtfache Pfad der aus rechter Erkenntnis, rechter Gesinnung, rechter Rede, rechter Tat, rechtem Lebenserwerb, rechter Anstrengung, rechter Achtsamkeit und rechter Sammlung besteht Da der Buddha nun lehrt, dass jeder echte Fortschritt auf dem Pfade der Tugend notwendigerweise von der eigenen Erkenntnis und Einsicht abhängt, insoweit schließt eben des Buddhas Lehre jeglichen Dogmatismus aus. Blinder Autoritätsglaube wird von dem Buddha auf das Äußerste verworfen, da er eine Hemmung des Fortschritts bildet und dem Sinn des Pfades der Erlösung völlig widerspricht In der Kalama-Sutta heißt es dann auch Geht nicht nach bloßem Hörensagen oder Traditionen, nicht nach dem, was von Alters her überliefert ist nicht nach Gerüchten, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Folgerungen nicht nach dem Äußeren Scheine, nicht nach eigenen beliebten Meinungen und Spekulationen nicht nach bloßen Möglichkeiten Glaubt nicht etwa darum, weil es der Meister gesagt hat, sondern wenn ihr selber seht, dass etwas übel ist, wie zum Beispiel Gier, Hass und Verblendung, und zum Schaden und Leiden führt, dann mögt ihr es vermeiden Seht ihr aber, dass etwas edel und untadelig ist, wie zum Beispiel Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Nichtverblendung und zum Segen und Heil führt, dann möget ihr dieses ausüben Wer bloß glaubt oder wiederholt, was andere herausgefunden haben, einen solchen vergleicht der Buddha mit einem Blinden Wer auf dem Pfad der Erlösung einen Fortschritt erzielen möchte, hat eben die Wahrheit selber zu erkennen und zu verwirklichen Ohne eigene Erkenntnis ist ein absoluter Fortschritt unmöglich Die Lehre des Buddha ist vielleicht die einzige religiöse Lehre, die keinerlei Glauben an Traditionen oder gewisse geschichtliche Begebenheiten fordert Sie appelliert lediglich an das Verständnis eines jeden Menschen Denn wo immer es denkfähige Wesen gibt, da können die von dem Buddha verkündeten Wahrheiten erkannt und verwirklicht werden, ohne Anbetracht von Rasse, Land, Nationalität oder Beruf Diese Wahrheiten haben eine universelle Gültigkeit und sind an keine bestimmte Kultur und keine bestimmte Epoche gebunden In jedem, selbst in dem moralisch tiefstehendsten Verbrecher, schlummert die Möglichkeit, diese Wahrheiten selber zu erkennen und zu verwirklichen und die höchste Vollendung zu erreichen Ja, wer auch immer ein edles Leben führt Ein solcher hat bereits von der Wahrheit gekostet Und wandelt, mehr oder weniger, auf dem achtfachen Pfad der Erlösung Auf dem alle edlen und heiligen Menschen gewandelt sind Jetzt wandeln und wandeln werden Das universelle Tugendgesetz gilt für jeden, ohne Unterschied Ganz einerlei, ob einer sich Buddhist, Hindu, Christ oder Mohammedaner nennt Oder sich mit irgendeinem anderen Namen bezeichnet Es ist die innere Verfassung des Menschen und seine Willenstätigkeit, die zählen Nicht aber ein bloßer Name Der wahre Jünger des Buddha ist frei von jeder Theorie, frei von jedem Dogmatismus Er ist ein Freidenker im edelsten Sinne des Wortes Er verfällt weder positiven noch negativen Dogmen Denn er weiß, dass beides bloße Meinungen, bloße Ansichten sind, die der Verblendung und Selbsttäuschung entsprungen sind Daher sagt der Buddha auch von sich Der Vollendete, ihr Mönche, ist frei von jeder Theorie Denn der Vollendete hat es selber gesehen So, nämlich vergänglich, leidvoll und unpersönlich, ist die Körperlichkeit, Rupa So entsteht sie, so löst sie sich auf So ist das Gefühl, Vedana So entsteht es, so löst es sich auf So ist die Wahrnehmung, Sanya So entsteht sie, so löst sie sich auf So sind die Geistesformationen, Sankara So entstehen sie, so lösen sie sich auf So ist das Bewusstsein, Vinyana So entsteht es, so löst es sich auf Die erste edle Wahrheit Die zur Leidenserlösung führende Erkenntnis der ersten edlen Wahrheit von der Leidhaftigkeit, der Unpersönlichkeit und Leerheit dieser das ganze Dasein ausmachenden fünf Daseinsgruppen kann von jedem Verständigen verwirklicht werden Nach der Lehre des Buddha nämlich ist unser sogenanntes individuelles Dasein in Wirklichkeit nichts als ein bloßer Prozess von körperlichen und geistigen Phänomenen Ein Prozess, der bereits vor dieser augenscheinlichen Geburt seit unerdenklichen Zeiten im Gange war und der sich auch noch nach dem Tod durch unermessliche Zeiträume hindurch weiter fortsetzen wird Im Folgenden werden wir sehen, dass die soeben erwähnten fünf Daseinsgruppen als solche keine wirkliche Ich-Heit oder Atta bilden und auch, dass weder innerhalb noch außerhalb dieser Daseinsphänomene eine solche zu finden ist So wird sich der Glaube an eine solche bestehende Ich-Heit als eine bloße Illusion herausstellen Das, was wir den physischen Körper nennen ist erwiesenermaßen ein bloßer Name für eine Kombination von mannigfachen Bestandteilen und bildet in Wirklichkeit keine beständige Einheit Dies ist jedermann ohne weiteres klar Jeder weiß genau, dass der Körper sich von Augenblick zu Augenblick verändert dass die alten Zellen unaufhörlich alle Augenblicke zerfallen und alle Augenblicke neue zum Entstehen kommen Kurz gesagt, dass der Körper nach einigen Jahren ein vollkommen anderer sein und kein Partikelchen von dem früheren Fleisch, den Knochen und dem Blut usw. mehr vorhanden sein wird Damit aber ist der Körper des Embryo ein anderer als der Körper des Säuglings dieser ein anderer als der des Knaben, des Jünglings, des jungen Mannes und des Greises usw. Insofern aber ist der Körper kein als solches fortbestehendes Etwas sondern ein Prozess von alle Augenblicke entstehenden und absterbenden Zellen Das aber, was wir das Geistige im Menschen nennen ist ein sich ständig ändernder Prozess von bewussten oder unbewussten Gefühlen Wahrnehmungen, Willenstätigkeiten und anderen Geistesformationen In diesem Augenblick besteht ein Wohlgefühl im nächsten ein Wehegefühl in diesem Augenblick der eine Bewusstseinszustand im nächsten ein anderer Das, was wir Wesen, Individuum, Person, Persönlichkeit, Ich usw. nennen besitzt als solches keinerlei unabhängig bestehende Wirklichkeit Im absoluten Sinne, Paramata, existiert also kein Individuum, keine Person sondern lediglich nur beständig wechselnde Kombinationen von körperlichen Phänomenen, Gefühlen, Geistesformationen und Bewusstseinszuständen Auch das, was wir zum Beispiel einen Wagen nennen besitzt unabhängig von Achsen, Rädern, Wagenkasten, Deichsel usw. keinerlei getrennte Existenz Oder das, was wir ein Haus nennen ist lediglich ein bloßer konventioneller Name für eine Anhäufung von verschiedenen Bestandteilen wie Stein, Holz, Eisen usw. die auf gewisse Art zusammengefügt einen Raum einschließen In Wirklichkeit aber gibt es nicht so etwas wie eine von jenen Bestandteilen getrennt bestehende Hauseinheit In derselben Weise hat das, was wir als Wesen oder Individuum oder Person bezeichnen als solches genau genommen keinerlei Realität In Wirklichkeit gibt es eben bloß diesen sich stets verändernden Prozess von körperlichen und geistigen Phänomenen Die Worte Ich, Du, Er usw. sind also bloß in der konventionellen Umgangssprache Wuhara gültig und beziehen sich keineswegs auf etwas wirklich Existierendes Denn weder bilden diese körperlichen und geistigen Phänomene eine als solche wirklich bestehende Ichheit noch besteht da außerhalb derselben eine Ichheit die der Besitzer oder Eigentümer dieser Dinge wäre Wenn also buddhistische Schriften von einer Person sprechen oder gar von der Wiedergeburt einer Person so geschieht dies lediglich der leichteren gegenseitigen Verständigung wegen und ist keineswegs im absoluten Sinne zu verstehen Genau genommen ist es auch nicht korrekt wenn wir von dem Leiden einer Person oder eines Wesens sprechen Denn es gibt da keine Person sondern nur einen geistig-körperlichen Prozess der dem Leiden und der Vergänglichkeit unterworfen ist Im absoluten Sinne existieren in diesem unermesslichen ruhelos wogenden Meer von körperlichen und geistigen Phänomenen nur diese unzähligen Prozesse oder Daseinswellen und es gibt nichts, was da beharrend wäre selbst nicht für die Zeitdauer von zwei aufeinanderfolgenden Augenblicken Diese Phänomene sind alle in Wirklichkeit nur von momentaner Dauer Alle Augenblicke sterben sie und alle Augenblicke werden neue geboren Ein unaufhörliches Absterben und Geborenwerden ein unaufhörliches Auf- und Abwogen von Daseinswellen alles befindet sich in einem ständigen Fließen Pantarei, sagt daher mit Recht Heraklit Die alten Formen zerbrechen und neue treten an ihre Stelle Ein Gefühl schwindet, ein anderes taucht auf Ein Bewusstseinszustand entsteht in diesem Augenblick Ein anderer im nächsten Überall zeigt sich eine beständige Veränderung von körperlichen und geistigen Phänomenen In dieser Weise folgt Augenblick auf Augenblick Tag auf Tag, Jahr auf Jahr, Leben auf Leben Und so bleibt denn dieser unaufhörlich wechselnde Prozess für tausende, ja äonen von Jahren im Gange Ein ewig wogendes Meer von körperlichen Phänomenen, Gefühlen, Wahrnehmungen, Geistesformationen und Bewusstseinszuständen Dies ist das Dasein Dies ist Samsara Die Welt des Entstehens und Vergehens Des Wachsens, Alterns und Sterbens Der Sorgen, Leiden, Klagen und der Verzweiflung Ohne einen rechten Einblick zu besitzen in diese Unpersönlichkeit oder Ichlosigkeit An Atta, alles Daseins wird es nie möglich sein, die vier edlen Wahrheiten in rechter Weise zu verstehen Wer aber diese Ichlosigkeit sowie die Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit alles Daseins durchschaut hat Ein solcher hat die erste Wahrheit vom Leiden durchschaut Die zweite edle Wahrheit Lassen Sie uns nun die zweite edle Wahrheit von der in eigennützigen Begehren Tanha und Unwissenheit, Avicca wurzelnden Leidensentstehung näher betrachten Um diese Wahrheit richtig zu verstehen ist es nötig, näher auf die so häufig falsch ausgelegte und missverstandene buddhistische Lehre von der Wiedergeburt einzugehen Mit Hinsicht auf diese Lehre beschuldigt man den Buddhismus häufig des Widerspruchs Der Buddhismus, sagt man, lehnt einerseits die Existenz einer Seele oder Ichheit ab Andererseits aber wieder lehre er eine Seelenwanderung Nichts ist von der Wahrheit weiter entfernt als eine solche Behauptung Der Buddhismus lehrt keineswegs eine Seelenwanderung Die buddhistische Lehre von der Wiedergeburt hat nichts zu tun mit der brachmanischen Lehre von der Reinkarnation oder Seelenwanderung und ist in Wirklichkeit nichts anderes als die Feststellung des auf geistigen und moralischen Gebiete wirkenden Gesetzes der Kausalität Es besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen diesen beiden Lehren Nach der brachmanischen Lehre gibt es eine vom Körper unabhängige Seele die beim Tode die körperliche Hülle verlässt und in einen neuen Körper übergeht genau wie man ein Gewand ablegt und sich in ein neues hüllt Ganz anders verhält es sich mit der buddhistischen Wiedergeburtslehre Nach dem Buddhismus kann auf unserer Daseinsebene unabhängig vom Stofflichen nichts Geistiges existieren Alle geistigen Phänomene sind bei den Menschen von den physischen Grundlagen der Sinne und des Denkens abhängig und können bei vollkommener Abwesenheit dieser physischen Grundlagen auch nicht für einen Augenblick auftauchen Geistiges ohne Körperliches ist für uns eine Unmöglichkeit Alle geistigen und körperlichen Phänomene nun sind Wie wir gesehen haben, dem beständigen Wechsel und der Veränderung unterworfen und kein beständiges Element, keine Ichheit, keine Seele usw. findet sich da Wo es aber keine wirkliche, unveränderliche Wesenheit, keine Seele usw. gibt, da kann man auch nicht von einer Wanderung einer solchen sprechen Wie nun aber ist Wiedergeburt möglich, ohne etwas, das wiedergeboren wird? Hier möchte ich vorausschicken, dass selbst das Wort Wiedergeburt genau genommen nicht korrekt ist und nur als eine Art Lückenbüßer oder Notbehelf in Ermangelung eines besseren Begriffes gebraucht wird Was der Buddhismus lehrt, ist genau genommen das auf das geistige und moralische Gebiet übertragene Gesetz von Ursache und Wirkung Wie nämlich alles auf dem physischen Gebiete sich in Übereinstimmung mit Gesetzen vollzieht und jeder physische Zustand die Wirkung eines die Ursache bildenden früheren Zustandes darstellt Genauso muss dieses Gesetz auch seine universelle Gültigkeit auf geistigem und moralischem Gebiet haben Gerade wie irgendein physischer Zustand auf einen früheren zurückgehen muss als dessen Ursache Genauso auch muss dieser gegenwärtige körperlich-geistige Lebensprozess auf die in einem vorgeburtlichen Lebensprozess tätig gewesenen Ursachen zurückgehen So stellt denn der gegenwärtige Lebensprozess die Wirkung des in dem vorgeburtlichen Lebensprozesse vorhandenen Lebensdurstes, Tanha, dar Der gegenwärtige Lebensdurst ist gleichfalls die Ursache des nach dem Tod sich fortsetzenden Lebensprozesses Genauso aber, wie es nichts gibt, das von dem einen Bewusstseinsaugenblick zum nächsten überginge Genauso auch gibt es nichts, was von einem Leben zum anderen übergehen könnte Dieser Prozess des beständigen Erzeugens und Erzeugtwerdens lässt sich am besten mit einer Meereswelle vergleichen Bei der Meereswelle bewegt sich in Wirklichkeit nicht die geringste Wassermasse über den Meeresspiegel fort Sondern diese auf dem Meeresspiegel dahineilende und als ein und dieselbe Wassermasse erscheinende Welle ist in Wirklichkeit nichts weiter als ein fortgesetztes Steigen und Fallen von stets ganz neuen Wassermassen Bestehend in einer Übertragung der durch den Wind erzeugten und im Gange gehaltener Energien Genauso auch lehrte der Buddha nicht, dass es eine Ichheit oder Seele gäbe, die das Meer der Wiedergeburten durcheile Sondern dass es in Wirklichkeit die aus einem geistig-körperlichen Prozess bestehende Lebenswelle ist die gemäß ihrem Wesen oder Wirken wieder erscheint Die dritte edle Wahrheit Noch eine weitere Lehre gibt es, die häufig zu Missverständnissen Anlass gegeben hat nämlich die Lehre von der als das Nirvan, Pali, Nibbana, Erlöschung, Wahnerlöschung bezeichneten dritten edlen Wahrheit der Leidenserlöschung Diese Lehre zeigt, dass, sobald alles eigennützige Wünschen und Begehren, die der Unwissenheit oder Verblendung entspringen, erloschen sind, notwendigerweise auch all das vielseitige Leiden zur Erlöschung gelangen muss und es zu keiner erneuten Wiedergeburt mehr kommen kann Denn ist einmal der Samen zerstört, so kann er nie mehr aufkeimen Ist einmal dieses krampfhaft ans Dasein sich anklammernde, eigennützige Begehren restlos erloschen dann kann es nach dem Tod nicht wieder zu einem Neuaufkeimen und einer Fortsetzung dieses Daseinsprozesses kommen Das heißt zu keiner weiteren sogenannten Wiedergeburt Wo es aber keine Geburt mehr gibt, da gibt es auch keinen Tod mehr Wo kein Entstehen, da kein Vergehen Wo kein Leben, da kein Leiden Da nun aber mit dem Erlöschen alles eigennützigen Begehrens und der Aufhebung der Unwissenheit auch alle dadurch bedingten Erscheinungen wie Dünkel, Ärger, Hass, Grausamkeit, Kummer, Sorge, Verzweiflung usw. restlos versiegen So bedeutet eben dieses Befreitsein von eigennützigem Begehren usw. den höchsten Grad der Selbstlosigkeit, Weisheit und Heiligkeit Die Tatsache, dass nach dem Tod des sogenannten Arahat oder vollkommen Heiligen dieser körperlich-geistige Lebensprozess sich nicht länger fortsetzt wird irrtümlicherweise von vielen als Vernichtung des Selbst als Vernichtung eines realen Wesens aufgefasst und daher behauptet, der Buddhismus lehre die Vernichtung Wie ist es denn wohl jemals möglich, von der Vernichtung eines Selbst oder einer Seele oder eines Ichs zu sprechen, wenn so etwas nirgendwo existiert? Wie wir gesehen haben, gibt es ja gar keine reale Ichheit oder Seele also auch kein Übergehen einer Seuchen in einen neuen Mutterleib Der im neuen Mutterleib wieder neu beginnende körperliche Daseinsprozess ist wie wir gesehen haben, keinesfalls eine Fortsetzung eines früheren körperlichen Prozesses sondern nur die Wirkung des selbstbezogenen Lebensdurstes des sogenannten sterbenden Individuums der vergangenen Existenz Wer also sagt, dass das Nicht-Erzeugen eines neuen Lebensprozesses eines sogenannten Lebewesens identisch sei mit der Vernichtung eines Wesens der müsste dann auch sagen, dass das Nicht-Erzeugen eines Kindes also etwa geschlechtliche Enthaltsamkeit identisch sei mit der Vernichtung eines überhaupt nie ins Dasein getretenen Kindes was natürlich absurd ist Hier möchte ich noch einmal betonen, dass ohne ein klares Verständnis der Welt der Erscheinungen oder Ich-Losigkeit an Atta Alles-Daseins ein wirkliches Verständnis des Buddhismus nur schwer möglich ist Insbesondere gilt dies für die Lehre vom Leiden von der zur Leidensentstehung gehörenden Wiedergeburt und von dem mit der Leidenserlöschung identischen Nirvan Diese Lehre von An Atta oder der Ich-Losigkeit alles-Daseins ist in der Tat die einzige spezifisch buddhistische Lehre mit der das gesamte buddhistische Lehrgebäude steht oder fällt Der oft gehörte Vorwurf, der Buddhismus sei eine düstere und pessimistische Lehre dürfte sich ohne weiteres aus dem bereits Gesagten als völlig unbegründet ergeben Denn der Buddha hat ja nicht bloß die Tatsache des Leidens enthüllt und erklärt sondern er hat auch den Weg gewiesen, sich restlos davon zu befreien Anlässlich dieser Tatsache aber wäre man eher dazu berechtigt die Lehre des Buddha als den kühnsten Optimismus zu bezeichnen der je in der Welt gelehrt wurde Wahrlich, der Buddhismus ist eine Lehre, die Hoffnung und Trost gewährt und die selbst dem niedrigsten Verbrecher endgültige Vollendung und höchsten Frieden in Aussicht stellt Dies ist aber nicht durch blinden Glauben, selbstbezogene Gebete, Schmerzensaskese oder irgendwelche anderen äußeren Regeln und Riten zu erreichen sondern eben nur durch beharrliches Wandeln und standhafte Ausdauer auf jenem edlen achtfachen Pfad der inneren Vollkommenheit, Lauterkeit und Herzenserlösung Dieser besteht aus rechter Erkenntnis, rechter Gesinnung, rechter Rede, rechter Tat, rechtem Lebenserwerb, rechter Anstrengung, rechter Achtsamkeit und rechter Sammlung des Geistes Untertitelung des ZDF, 2020